Okay, okay. Hallo? Okay. Hallo? Okay, gute Arbeit. Puh, es ist harte Arbeit. Ein Big Boss zu sein. Mami, ich will einen Kaffee. Eine Sekunde, Boss. Ihr Kaffee, Boss. Komm rein, komm rein. Boss, ihr Auto ist da. Ausgezeichnet. Ruf Scott für eine Probefahrt an. WDR mediagroup GmbH*** Bist du Hallo, Scott. Der Boss möchte, dass du sein neues Auto testest. Der Boss möchte, dass du ein neues Auto testest. Der Boss möchte, dass du ein neues Auto testest. Der Boss möchte, dass du ein neues Auto testest. Der Boss möchte, dass du ein neues Auto testest. Der Boss möchte, dass du ein neues Auto testest. Halt, halt, warte auf mich Halt